Wir haben das erste Level geschafft, Leute. Gar kein Problem. Absolut beruhigende Spiele. Oh, Red Bull hat schon wieder verloren. Jetzt sagt man, mein Handy hat. So, hier. Vergiss nicht, deine Diensten nur etwas, wenn du deinen Camp Call bereitest. Ach so. Ach so. Hallo. Oh, ganz casual gegen Rausende. Moin. Hi. Es geht. Ihr könnt doch einen TikTok gerade aufnehmen. Wir machen ja auch alle nur so irgendwie mit dem Kopf wackeln. Wo ist das? Die darf ich gar nicht auf Twitch zeigen. Pillermann, Pillermann-Alarm! Ich höre alle Teile zocken, äh, keine Ahnung, wie ich die überlebe. Mal gucken. Egal. Ich bin einer von euch, ich bin auch verrückt, äh, ich höre Stimmen, haha. Äh, 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 äh. Jetzt ist die Kamera gemacht, aber steht direkt vor mir einer. Lass uns zeigen, ist Teil vom Spiel. Let's go. Mal Hot Top Streams mit dem Boys machen. Jo, was geht? Okay. Der hat zum Beispiel hier nichts unten. Und wie muss ich weiter? What the fuck? Hä? Ah. Diesen Schlitz. Klingt entspannt. Digger. Oh, meine Fresse. Ich bin richtig durchgeschwitzt schon, Mann. Nee, 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 nee. Kann ich hier die Tür zumachen? Folge den Blutspuren zum Ausgang. Super Plan. Super Plan. Folge den Blutspuren. Es gibt nichts, was mehr nach Sicherheit klingt, als Blutspuren zu folgen. Da hat sogar jemand einen Pfeil mit Blut herangemalt. Das ist aber ein Liebvornem. Wie nach unten? Durch den Abfluss. Durch den Abfluss. Ja, ja, ja. Was? Wenn du die Türen schließt, kannst du was für Folge abbremsen? Ja, aber ich will hier aufmachen eigentlich nur. Das ist aber nicht nett. Ich hab sie auf Video. Sie dürfen nicht ins Gesicht filmen. Sagt er wahrscheinlich gleich. Der ist einfach auf. Okay. Ich hab nichts gesehen. Oh, er ist recht nichts gefilmt. Die Kamera, die du in der Hand hast, ist nur ein Prank. Alles okay, Bruder. Ich hab nichts gefilmt. Äh, äh, ja. Weißt du? Ja? Digga! Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Tür, 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 die Tür! Rein! 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 Zu! 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 Ah! Ah! Zu! Nein! Nicht in die Richtung zu! Lass mich erst mal rein, dann zu! Oh! Hat er mich gesehen? Die Musik... Hab ich gesehen! 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 Oh nein! Falsche Richtung! Ah! Oh! Ich glaub, sie werden die BO3-Zombie-Zeiten jemals übertreffen. Passende Frage grad für das Spiel. Äh, nee, aber ich glaub nicht, dass Outlast die BO3-Zeit übertrifft. Oh, Digga! Holy Shit! Was geht's denn Outlast? Äh, ähm, irgendwie ne psychiatrische Anstalt voller Leute und aus irgendeinem Grund komm ich auf die Idee, hier alles zu erkunden. Keine Ahnung, warum? Oh, Digga! Follow the blood! Ich glaub, du wärst hier gefangen. Oh Gott, Digga! Oh! Ich guck mich schon hier oben, ob nicht hier gleich irgendjemand durch die Tür geht auf einmal. Kom, ich guck mich jetzt mal! Oh Gott, ich guck mich immer kurz zur 활동. Ich guck mich mal kurz am loro. Oh. Uh. Oh, was passiert. Oh Gott, ich guck mich jetzt! Oh Gott, ich guck mich an. 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 Bye, have a great time. Ich bin wirklich in Gefahr. Herr Flausch, schönen guten Tag. Aktivieren den Knopf, äh, ich war noch hier, oder meinst du den eben im Raum da drin? Digga, ich kann nicht mehr weiter. Schlüsselkarte ist notwendig, okay, ist da ne Keycard dabei, hallo? Der ass, damn boy, der dickass boy. Schon gemacht alles, gut hast du, hä, wie, wie, hab ich den Keycard schon, ne, die noch nicht. Ist ja wahrscheinlich hier rein, oder? Hallo? Holy moly! Okay. 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 Oh, hallo, in Komme, durchduschen. Oh mein Gott! Oh, da sind dumme Arschlöcher. Digger! Sollen wir reingehen? Hä? Ah, so geht's. Speichert. Oh nein, Digga, speichert doch an dieser Stelle nicht, Mann! Hallo? Da war doch grad eben irgendwas rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist ein Knopf. Aktivieren wir mal. Digga, Digga, nein! Nein! Es tut mir so leid, ich wollte das nicht machen. Hä? Nein! What the fuck? Klettern? Wo soll ich denn da klettern? Lockdown-Step. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klettern. Ah, da oben! Klettern! Oh Gott. Nö! Nö! Tö! Nö! Ich bin nicht tot! Bitte sag mir, dass ich tot bin! Bitte! Beende es! Oh mein Gott! Ah, sympathisch! Sympathische Umgebung, du! Oh! 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 wenn er einen weg in die duschen okay holy shit kann ich mir sehen kann ich mir sehen kann ich mir sehen nein nein lauf 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 ich bin stark das ist echt schwer also für die nerven und an sich als spiel diesmal sprinte ich einfach sofort durch guck einfach nicht hin höre ihn atmen in die hose gekackt ist eigentlich ein dauerhafter fluss in die hose danke dir vielen dank für den resub im dritten hier durch hier in der batterie und ein funkgerät noch das funkgerät einfach mit spaß für jungen alt wirklich also das mit den großeltern spielst du dann hast du keine große länder nach mehr schauers ok hier bin ich rein die sie doch nicht raucherpause ich glaube ich werde auch zum kettenraucher oh mein gott hallo bei dem spiel oh mein gott hallo bei den wechseln nein 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 oh danke gaming with cobrins was geht hoch alter 90 verstarb februar 2009 ausführung der arbeit die geliebte bei der arbeit oder was was ist falsch mit ihm digga deutschland geboren erlangt großes ansehen mathematischen und wissenschaftlichen kreisen durch veröffentlichung eines artikels kooperation mit früher computerpionier alan turning nach ungeklierten verstrickungen deutschen kriegstreifen wanderte 49 dank wieder so einem state department in den vereinigten staaten aus los alamos setzte dr wernecke in new mexico zur ruhe wo sich landschaftsfotografie unterpflege klingt chillig eigentlich nach colorado dem wohltätigkeitsprojekt zu beteiligen als wahrer menschenräume groß was ein großzügiger wesen bezeichnet ja tolle soweit alles fit im schritt das herz es pocht noch die frage ist wie lange und im schritt ist es nur ziemlich feucht geworden mal her hat sich jemand eingeschissen oder jo was geht alter ja ja hallo hallo es geht ok ja ich hau schnell ab es ist es ist es paris spielt gleich zum glück links oder rechts der rechte weg ist immer der rechte weg aber diesmal der falsche scheinbar ja drago vielen dank viel spaß werde ich hier hoffentlich haben oh rider yes hoffentlich kein herzinfarkt auch dabei ich habe sehr viel gutes über das spiel gehört ich hatte es damals tatsächlich ein bisschen bei erne gesehen der hat es damals durch gespielt also schnipselweise weil ein kollege von mir das damals sich angeguckt hat habe ich auch ein bisschen mitgeguckt aber wirklich viel weiß ich nicht mehr von dem spiel und zwar auch mittendrin irgendwo glaube ich nur mal so mit zehn minuten wo ich mal geguckt habe es ist richtig körperlich stressig einfach dieses spiel aber wenn ihr noch weitere horror games für mich habt dann könnt ihr die gerne im discord vorschlagen ich denke mal in den nächsten wochen könnten wir sowas des öfteren noch machen so abends vielleicht mal ein paar stündchen noch mal die horror games spielen ok es ist nur ein lappen was da hängt nur batterien vielleicht hallo ein stopp nix bruder da ich gehe mal durch den schlitz durch jetzt mal tief rein in den schlitz er speichert schon wieder das ist nicht gut dreh ventile auf um das wasser abzulassen ok einfach schwimmen gehen ist bestimmt angenehm der rechte weg sieht ein bisschen kürzer aus dann mache ich den zuerst und dann machen wir den großen weg danach oder digga da geht es schon mal nicht lang hier geht es nicht durch hier geht es nicht durch hier geht es nicht durch lauf 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 hier da kommt er nicht rein da kommt er nicht rein nein 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 aufstehen aufstehen oh mein gott ich gehe hier wirklich kaputt bei dem spiel ich gehe wirklich kaputt gerade ehre tor ehre ich weiß nicht wenn du ein passwort vergessen hast du was kannst du eigentlich über die e-mail zurücksetzen oder oh mein gott digga batterien wenn du sie so wie es ist also ist man nicht warum es wie parteimer ich bin ja einfach Employiser Hoin! Was geht? Der ist! Ui, Memo, guck mal! Ui, ist ja der Montemodus gerade! Damn, boy! Oh, fuck! Rein, 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 rein! Please, danke, danke, danke! Oh Gott! Puh! Jetzt ist er auf der hinteren Seite da. Nice! Batterie? Das war einer. Nice! Ui, turn up! Danke für den Follow! Das ist nicht der richtige Weg. Gibt's ja nicht irgendwo da. Oh, ich hab... Ich krieg Herzschmerzen schon. Mal die Batterie reingemacht. Ja, Leute, also leider spielt Paris jetzt gleich. Das wollte ich mir auch in den Gang gucken. Hat immer die Startelf zufällig, Messi und so, ne? Cooles Team. Lass uns über positive Dinge mal reden. Äh, Messi-Transfer unglaublich. Äh, Ronaldo jetzt auch beim Menü. Ne? Krass das Jahr, ne? Oh, Digga. Alles Gute ist das Game können wir tagsüber immer ganz gut spielen. Ist die einfach Rollo runter machen. Ich mach gleich erstmal das Rollo hoch. Sind wir von vorne anfangen dann? Ne, ne, ich glaub nicht. Wird ja hier gespeichert zwischendurch eigentlich. Ja, wird ja hier gespeichert zwischendurch eigentlich. Lass den Boy erstmal ein bisschen hier weggehen. Oh, rein! Rein da! Let's go! Kannst du bitte nach unten gucken? Ich will wissen, ob da der Tod auf mich zukommt oder nicht. Gönn dir Fußball. Mach ich gleich, mach ich gleich. Moin! Wir haben es schon nach unten geschafft. Das ist schon mal ganz gut. Äh, so ein Schrecker für die nun auch nicht. Äh, ja, tatsächlich im neuen COD gibt's auch, äh, Zombie-Modus. Messi sitzt auf der Bank. Guck, da haben wir theoretisch noch ein bisschen Zeit. Ich werd versuchen, das Level noch abzuschließen, okay? Und er sagt hier no? Warum? Ich lauf einfach. Ich lauf einfach. Speedrun machen wir jetzt. Oh! Ich geh wieder nach unten. Ciao! Und, äh... Female Ward ist doch hier, ne? Das klingt doch netter. Geht aber nicht auf. Und, äh... Uh! Alles okay? Digga, diese Sounds! Wollte ich auch, dass der... Du, du hörst deinen Typ noch so richtig nervös atmet einfach. Das ist so up, fuck! Das klingt nicht gut da drin, du. Ja, das muss ich anlassen. Niemals vom rechten Weg abkommen. Fragile. Ja, so fühl ich mich aber auch gerade so ein bisschen. Ein bisschen fragil, so. Von den Nerven her. Ach, Batterie. Ich muss schon wieder auf, Klo. Ich mach mir hier gleich noch in die Hose. Wie hast du ihn noch nicht erschrocken? Also, hier ist noch... Hier ist in Ordnung gerade. Der Bereich ist in Ordnung. Andere war herzenfragend, aber hier geht klar. Egal. Ja. Das war in dem ersten Level doch echt noch extremer. Oh, Bruder. Oh, jetzt hat mein Handy irgendeine Benachrichtigung. Auf einmal blitzt mein Handy auf. Ich hab mich davon schon ein bisschen erschrocken gerade. Was möchte mein Handy von mir? Okay, nichts Wichtiges scheinbar. Außer mir sagen, dass ich mich nicht erschrecken soll wahrscheinlich. Komm ich hier rein? Hä? Wo muss ich lang? Also, hier rüber kann ich glaube ich noch. Nice. Irgendwann eine Batterie oder sowas am Start? Turn up. Turn up. Turn up. Alter. Oh. 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 Digga, nee. Hallo? Er speichert schon wieder. Holy fucking shit. Oh mein Gott, Alter. Ich höre hier jemanden. Ich sehe ihn noch nicht. Hallo? Hallo? Oh. Oh, er tut das Not. Oh, Digga. Okay, hier ist die Wand. Wenn ich an der Wand entlang gehe, kann mir von... Oh, nee. Hier geht's hoch. Kann mir von einer Seite immerhin keiner... Ich kann angreifen. Ich muss da hinten lang, oder? Ich muss hier hoch. Ich hasse diese Musik. Digga, wie kannst du mich denn sehen? Oh, nein. Oh, nein, nicht. Oh, nein. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah. Ah. Oh. Nein, 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 nein! Nein, pack, pack, pack! Ah! Nein! Ihr kommt nicht durch! Rein! Da unten rein! Geh doch da lang! Digger! Lauf einfach, bitte! Digger, ich muss meine Waffe nachladen! Ey, meine Kamera! Ich wünschte, ich hätte eine Waffe! Geradeaus und nach oben! Oh! Vielen Dank für den Follow! Ich werde heute Abend nicht schlafen können! Ich werde heute Abend nicht schlafen können! Ich muss wirklich irgendwie fucking Disney Brain Rush machen oder sowas! Ich schnau über einen Kollegen Disney Plus und schau mir alles an! Alles Tim und Struppi! Ah ne, das war glaube ich was anderes! Äh, Monster AG! Äh, äh... Keine Ahnung, was es alles gibt von denen! Bye! Have a great time! Wäre toll! Und jetzt? Ich muss hier halt irgendwie durch! Bisschen schwer, wenn man Zuschauer ist! Ich glaube, als Zuschauer auch! Super entspannt! Wie weit hier hinten lang? Wo sind wir grad von hier gekommen? Ich hab keine Ahnung! Naja, hier sind wir grad schon oben gewesen einmal! Geht's in die Richtung ja irgendwie weiter? Ne, scheinbar auch nicht! Nö! Keine Batterie! Nichts! Nö! Lass den guten Mann rein, wenn er durch die Tür... Nö! 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 Highlight-Video! Kann ich echt eigentlich machen, glaub ich! Wenn ich das durchhabe, mach ich alle... alle scarce... in einem Video! Oh Gott, Digga! Oh! Hallo! Zu lebendig, zu lebendig, zu lebendig! Oh! Oh! Mach ich mal ein bisschen filmen, vielleicht! Hoch! Hoch! Oh mein Gott! Ich hab nur irgendwelche Stimmen gehört, irgendwelche rum! Das Level geht echt lange! Hallo! Ibins! Hoch! Was? 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 Oh Gott! Schieb das sofort! Schieb, 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 schieb. Ich glaube, in so einer Panik-Situation würde ich so viel Kraft entwickeln, dass ich das komplette Haus verschieben könnte. Oh mein Gott! Oh, Alter! Ah! Höh! Ja! Nenn mich nicht so! Ich muss mich auch nicht verstecken, ich muss nur laufen! Digga! Aua! Alter! Wo muss ich lang? Der Tod ist ein bisschen angenehmer als von denen zu verfolgen zu werden. Digga! Okay, da muss er durch! Ich muss hier durch wahrscheinlich, oder? Äh? The fuck? Helb! Hier irgendwas verpasst? Hä? Kann man da irgendwie rüber, oder sowas? Leute, Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Ah, hier geht's doch rüber! Okay, ja gut! Hoch! Was ist das hier? Ja, ich will leben! Tschüss! 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 Ach, Digga! Echt, das ist echt anstrengend für die Nerven! Anstrengender als ich gedacht hätte! Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste mittlerweile! Ich warte die Mäste hier abends. Wollen Sie den? Ich will das, das? Ey, du möchtest den? Ich will das hier abends! Geh an, ich bin hier abends! Geh an, ruf frei! Ich bin in, in die Zeit! Nein? Nein! Die ist das Grimstone, ich liebe das. Okay, das ist das. kriegt im Anschluss Auslass 2, äh, das weiß ich noch nicht. Ich guck mal, wie das ankommt an sich bei euch. Und wie ich es meine Nerven mitmache. Ja, der ist korrekt. Der ist ein Ehrenmann. Der fährt mich rum und alles. Turn up. Töte mich, töte mich. Äh, ich hab keine Ahnung, so genau, was das genau für Wesen hier alles sind. Das findet man vermutlich raus. Hallo? Ich hab grad gesagt, ich kann die Kamera gar nicht anmachen, aber macht Sinn. Jo, was geht, Leute? Willkommen zum weiteren YouTube-Prank. Heute machen wir den Zerstückel-Prank. Ich bin ein bisschen Angst, wie viel Zeit du hast mit Fr. Martin. Ich weiß, dass du nicht lässt ihn, mit all diesem... holier-than-thou-bible-thumpenst. Nein, ich bin ein bisschen Angst, aber ich manchmal worry, er könnte es nur ein bisschen... Linsy. Nein, nein, nämlich nicht die Säge. Ich weiß nicht, dass du jetzt noch eine konkrete Hoffnung wirst. Du musst Paul holen, um Peter zu bezahlen, und es gibt keinen anderen Weg. Mörder ist das einfachste Grund, aber was passiert, wenn allmögen ist Gott? Allmögen wird ein Thema Hoffnung. Und das ist das, was ich hierfür sage. Das macht dich... ...mögen. Digga, what the fuck? Digga, bitch-schlepp. Mein Körper macht so richtig... Vielen Dank für den Raid. Kuss geht raus. Ja, ihr seht mich hier alle gerade... ...nervlich verzweifelt. Er hat mir einfach die Finger abgeschnitten. Ich denke, wie soll ich denn jetzt zocken, Mann? Oh Gott. Oh, lecker. Lecker. Lecker Schmecker. Oh. Leute, ich würde sagen, an der Stelle... ...lassen wir das erstmal, oder? Das ist doch ein guter Punkt, um jetzt erstmal Pause zu machen, um dann beim nächsten Mal weiterzuspielen.